Gnomeo und Julia ziehen in einen komplett neuen Garten. Die Luft ist rein. Er ist noch nicht perfekt, aber er gehört uns allein. Denk nur an die Abenteuer, die uns hier erwarten. Krass, hier ist ein Pool. Alles bestens. Entschuldigung. Oh, Mankini, das war wieder... Bist du fertig? Ich hab ein Whirlpool draus gemacht. Menschen im Anmarsch. Alle auf Position. Sie hätten glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben können. Doch dann gerät ihre Welt in Gefahr. Julia, die Zwerge, sie sind alle weg. Und nur ein Zwerg kann ihnen helfen. Verflucht am schnitten Schitz. Ich bin Sherlock Lones, Beschützer und Helfer aller Gartenzwerge. Du meinst alle, bis auf den der Deinetwegen gerade zu Bruch ging? Zu Bruch? Wer ist zu Bruch gegangen? Oh mein Gott! Vom Regisseur von Kung-Fu-Banda. Das darf auf keinen Fall jemand erfahren, aber morgen sollen wir alle zertrümmert werden. Zertrümmert? Der Zwerger hat gesagt, wir werden alle zertrümmert? Der Zwerg. Wir müssen diesen Fluss überqueren. Wir brauchen ein Schiff. Genial kombiniert, Sherlock. Heilig die Mittel. Benni, die nächste Spur führt in den Park. Sag uns, wie wir da hinkommen. Folgt einfach der blauen Linie auf dem Boden, bis ihr die riesige rote Stecknadel erreicht. Vorsicht, die sieht spitz aus. Wir müssen undercover ermitteln. Mir nach. Zwei Hauptsache nach vorne. Und steuern. Ich sagte Stopp. Tut mir leid, ich war noch nie der Popo von einem Eichhörnchen. Wir wurden entdeckt. So wackert ein Eichhörnchen nicht mit dem Hintern. Mein Kini, vormachen bitte. Siehst du, wie ich das mache? Siehst du, hast du gesehen? Ja, du verhältst dich wie ein Hinterteil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.